Guten Abend und herzlich willkommen zu Nahdran. Heute geht es um Eltern und Kinder, Familie im ganz engen Sinne. Nichts beeinflusst uns so stark wie die Beziehung zu unseren Eltern. Nichts ist schmerzhafter als der Verlust von Eltern oder Kindern. Und nichts ist stabiler als genau diese Beziehung, egal was kommt. Und das sind unsere Themen. Niemand kennt uns so gut wie unsere Eltern. Und umgekehrt, was passiert, wenn man feststellen muss, dass die eigenen Eltern völlig unbekannte Seiten haben. Joachim Krause und seine Geschwister haben genauso eine Entdeckung gemacht. Geboren kurz nach dem Krieg, war für die Kinder immer klar, dass ihre Eltern zu den Guten gehört hatten. Bis der Tag kam, der alles verändert hat und vieles in Frage stellte. Fremde Eltern, Zeitgeschichte in Tagebüchern und Briefen von 1933 bis 1945. Das ist ein ganz besonderes Zeitdokument, weil man den Menschen, wie sie damals gefühlt und gedacht haben, ganz nahe ist. Die junge Frau, die wir Ihnen jetzt vorstellen, hat noch Vater und Mutter und doch ist sie allein. Ihre Eltern haben den Kontakt abgebrochen, weil die Tochter ein Leben jenseits der Zeugen Jehovas gesucht hat. Sie hat die Enge der Gemeinschaft gegen die totale Freiheit eingetauscht. Niemand mehr, der Vorschrift macht, aber eben auch niemand mehr, den es kümmert. Eine emotionale Achterbahnfahrt für eine Frau, die alle Beziehungen neu finden muss. Eine Geschichte über Familie, die keine mehr ist. Viel Glück weiterhin. Ein Baby kommt, ist proper und süß und alle wollen es sehen. Im Normalfall ist das so. Aber wenn das Baby viel zu früh auf die Welt will, steht die Sorge über der Freude. Das Frühgeborene muss intensiv versorgt werden und die Eltern zerreißen sich zwischen der Klinik und zu Hause. Die Unsicherheit und die Angst zerren an den Nerven. Aber es ist doch eine Zeit, in der man sehr zusammenwachsen kann. Familie Frohn gewährt uns Einblick in ihre Welt. Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen unter mdr.de Religion, finden Sie ein umfangreiches Paket zum Thema Frühchen und zu den Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Wenn Eltern getrennte Wege gehen, ist die große Frage oft, wer sich um die Kinder kümmert. Früher war das ja meistens die Mutter. Doch diese Selbstverständlichkeit gibt es inzwischen so nicht mehr. Auch Väter wollen sich zunehmend beteiligen. Für die Kinder ein Leben zwischen zwei Welten. Das war es von uns. Wir sehen uns wieder im April zum Thema moderne Knechtschaft. Alles rund ums Arbeiten im 21. Jahrhundert. Bis dahin eine schöne Zeit. Man seht gut, tschüss.